Liebe Mitglieder von Tom's Training, heute erste Lektion Krafttraining an frischer Luft, zuhause natürlich. Alles was ihr braucht, sind zwei PET-Flaschen. Wir zeigen euch die Übung, jeweils Kim und ich zusammen. Wir machen immer zwei Varianten von den Übungen, und zwar eine strengere Variante und eine schwächere, abgeschwächtere Variante. Ihr könnt wählen, welche Variante das für euch passt. Das Programm sind drei Sätze. Der erste Satz sind zwölf Wiederholungen, der zweite Satz sind zehn Wiederholungen von allen Übungen und der dritte Satz sind acht Wiederholungen von allen Übungen. Den ersten Durchgang gehen wir mit euch zusammen durch. Pracht machen, Flaschen holen und let's go! Wir starten mit einem kleinen aufwärmen. Er starten mit einem kleinen aufwärmen. Und aufwärmen! Und aufwärmen! Und aufwärmen! Oh, Töchkneiser! Untertitelung des ZDF, 2020 Weiter. So, so, so. So, so. So, so. Oh Gott, das ist so süß. Was ist mal zu machen? Two, drei, drei, zwei, zwei. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 3 4 2 3 3 4 4 4 6, 8, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2. Oh, 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 oh recht. Auf Wiedersehen. 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Ich lasse einmal einen Müll расfoot. In der午. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Sepertig. Das ist gut. Nichts. Nichts. Vorher. Vorher. Und jetzt. Nicht so schnell, ich bin im Internet. Du musst alles extrem langsam machen. Dann kannst du mitzählen. Schön langsam. So. Zwei. 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 Gut. So, du musst wirklich extrem langsam. Langsam. Ja, langsam. Das ist wirklich so langsam. Oh, fuck! Drei Morgen. Drei. 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 Gut! Gut! Steig! Gut! Vielen Dank! Es ist eine gleiche Variante. 20 Jahre. Vorher zwölf Mal. Berat? Schön langsam. Aber oben. Nice. Rest. Acht. Zeh. Noch eine. Sehr gut. Das war die erste Runde mit zwölf Wiederholungen. Wir haben den ganzen Körper drinnen gehabt. Beine. Pfädchen. Bauch. Brustdrücken. Spulen zurück. Macht den ganzen Durchgang noch zweimal. Dass ihr am Ende dreimal durch habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund! get fertig noch malin Erstmal ein Leben passé nach Ainer, auf zwei malen. 端!